Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danny! Macht schnell! Los, beeilt euch! Kommt so! Jerry! Ist das auf der ganzen Welt so? Kommt irgendjemand besser damit zurecht? Wir haben die Ostküste verloren. Moskau ist abgeschnitten. Das Leben, so wie wir es kennen, ist in 90 Tagen vorbei. Es liegt an uns, das zu ändern. Ich verlasse meine Familie nicht. Tun Sie nicht so, als wäre Ihre Familie nicht betroffen. Wir reden hier vom Ende der Menschheit. Ich will euch nicht verlassen, aber ich muss jetzt gehen. Ich beschütze unsere Kinder. Aus dieser Einrichtung wurde ein Memo geschickt. Offensichtlich hat es bei euch keiner gelesen. Falls ich es nach Russland schaffe, wo fange ich an? Russland ist ein schwarzes Loch. Ich brauche Antworten. Waffen helfen dabei nicht viel. Sie arbeiten für die CIA, aber die nicht mehr mit mir. Karen. Ist da draußen noch irgendwas übrig? Wenn wir wissen, wo das angefangen hat, können wir es vielleicht beenden. Ich glaube, die haben eine Schwachstelle. Jeden Menschen, den wir retten, müssen wir nicht bekämpfen. Also, das ist das, dass wir nicht wegbezogen werden. Untertitelung des ZDF, 2020